Es wäre eins, Leute, mit Dr. Franziska Rubin. Einen schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Frau Köster. Freut mich, hier zu sein. Sie haben mehr als 17 Jahre lang die Sendung Hauptsache gesund moderiert. Daher kennen Sie viele. Sie haben ganz erfolgreich über das Heilen mit Haus- und Lebensmitteln geschrieben. Was haben Sie sich denn heute schon mit Lebensmitteln vielleicht Gutes getan? Ich habe gerade von Ihnen einen tollen Ingwertee bekommen mit Zitrone. Das ist doch schon sensationell. Und ich bin eigentlich eher ein Teilfaster. Also ich esse auch morgens nichts, weil ich eh so ein bisschen morgens nicht so richtig aus dem Quark komme. Und dann ist das eine ganz gute Möglichkeit, nicht den ganzen Tag zu viel zu essen, sagen wir mal so. Aber heißt es nicht immer, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages? Komisch, ne? Ja, ja. Man kennt das ja von den Sprüchen auch mit morgens starten wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelmann. Eigentlich ist das weitestgehend widerlegt. Man weiß, also was das Thema Abnehmen anbetrifft, ist es die Gesamtkalorienzahl. Egal, wann man sie zu sich nimmt. Man schläft natürlich besser, wenn man sich abends nicht vollstopft, klar. Also Gesundheit und so, das sind dann verschiedene Aspekte. Also Gesundheit oder Kalorien und so. Und wer morgens nicht gerne isst, dem würde ich eher raten, das wirklich zu lassen. Ich finde, das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Man hat auch mehr Kraft, finde ich, in den Tag. Und wenn Sie sagen, Sie sind eine Teilfasterin, was bedeutet das genau? Wann nehmen Sie das erste Mahlzeit zu sich heute? Eigentlich geht es dann um zwölf los. Zwölf bis acht ist dann so die Spanne, wo ich relativ normal essen kann. Aber im Augenblick könnte ich auch mal wieder ein paar Kilo abnehmen. Also wahrscheinlich müsste ich da auch mal ein bisschen wieder die Bremse reinhauen. Zu viel gefeiert und zu viel Corona in letzter Zeit, gell? Ja, da steht man ja plötzlich in der Küche. Viele fangen mit dem Kochen an. Ich habe tatsächlich auch angefangen zu kochen und zu backen. Wie war das bei Ihnen? Naja, ist ja fürchterlich. Drei Kinder zu Hause und Ehemann plötzlich, die sonst alle immer ausgeflogen sind. Und da muss man natürlich ganz viel kochen. Ich finde es aber schön, weil die Kinder nämlich sehr viel kochen gelernt haben in der Zeit. Und Sie achten natürlich auf die besonderen Zutaten. Da sagt man doch pauschal ja Obst und Gemüse ist am besten. Also ich würde sagen frisch, saisonal, regional frisch, sagt man immer. Das heißt möglichst eben das, was die Natur gerade hergibt und dann viel Natur belassen. Also ich denke, eine Speise braucht nicht mehr als drei Zutaten oder vier oder fünf vielleicht. Aber eben nicht diese ganzen Zusatzstoffe, die oft in den Fertiggerichten sind. Nicht alles ist regional, wenn wir jetzt gerade mal hier nur den Ingwer-Zitronentee nehmen. Also ich nehme da einfach einen Beutel Zitronentee und schnippel aber zumindest frischen Ingwer rein. Wie würden Sie als Gesundheitsexpertin diesen Tee zubereiten? Ich kenne das ja unter dem Begriff heiße Inge, Zitrone und Ingwer. Und ich mag es eigentlich sehr gerne, wenn man wirklich, ich schnippel den Ingwer und zwar so wie der ist. Ich schrubbel den nur ab. Ich mache mir gar nicht die Mühe, die ganze Haut runterzuziehen, haus in die Kanne rein. Dann wird es übergossen und bleibt auch den ganzen Tag da drin, weil ich die Schärfe gerne mag. Meine Kinder trinken es nur morgens, nicht mehr abends. Und dann in ein Glas gießen, erst mal abkühlen lassen. Das ist wichtig, weil Zitrone hat viel Vitamin C. Aber wenn man das in das heiße Wasser reintut, dann ist die Hälfte mindestens weg. Das heißt, erst mal abkühlen lassen, dann ganz viel Zitrone, ganze Zitrone reinpressen, finde ich sensationell. Das ist ganz toll bei Erkältung auch und da vielleicht sogar mit einem Löffel Honig. Wo haben Sie die zuletzt als Heilmittel bei sich denn eingesetzt? Die Zitrone, was ich toll finde bei der Zitrone zum Beispiel, ist, dass man die äußerlich nehmen kann. Das habe ich jetzt auch meinen Kindern mal verabreicht, weil die nämlich die ersten Pimpel kriegen. Die ersten Pickelchen sind ganz traurig darüber. Die Zitrone ist ja eine Fruchtsäure. Das heißt, das, was wir in ganz vielen teuren Cremes haben, das ist eigentlich wirkt abtragend auf die Haut, Schüppchen abtragend, dann wirkt es durchblutungsfördernd. Das heißt, die Haut wird rosiger und deswegen kann man es sehr gut in Cremes einbauen, mit denen man sehr viel behandeln kann. Und man kann es natürlich auch für Hornhautstellen nehmen, weil es durch die Säure dann diese ganzen trockenen Schüppchen da entfernt oder auch an den Füßen. Aber beim Pickel muss ich jetzt nochmal nachfragen. Also einfach die Zitrone drauf träufeln und das reicht schon und dann trocknet der ein oder was passiert damit? Genau, aber ich würde es auf dem Pad tun. Ich bin etwas grobmotorisch verandacht. Das wird dann sich zusammenziehen und die Zitrone ist zudem auch noch desinfizierend. Und dann hat man gleichzeitig die Durchblutungsförderung, aber ich würde es abends machen, weil man natürlich erstmal ein bisschen rot aussieht und dann geht es morgens wieder frisch weiter. Kaffee und Zitrone kennt man ja auch so als Kopfschmerzmittel. Wo würden Sie es anwenden? Das war früher mal ein altes, ganz bekanntes Migränemittel. Das hat was damit zu tun, dass es die Gefäße verändert. Die Gefäße ziehen sich zusammen und erwertern sich dann wieder. Und es gibt viele Leute, die das tatsächlich machen. Die merken, da kommt eine Migräne. Dann nehmen sie sich einen richtig schwarzen Kaffee, tun die Zitrone rein und dann wird es besser. Ja, innerlich angewandt ist die Zitrone ganz interessant bei Erkältungskrankheiten. Hatten wir ja gerade, dass man das mit dem Ingwer mischt. Genau, weil die hat einfach viel Vitamin C und ist damit auch im ganzen Mundraum schon ein bisschen desinfizierend oder stark desinfizierend. Woher kommt das denn, dass die Zitrone so als wahres Multitalent gilt? Liegt das am Vitamin C? Das ist wahrscheinlich hauptsächlich das Vitamin C und ich finde es interessant, dass Sie die rausgesucht haben, weil sie ist ja eigentlich kein typisches Heilmittel. Es gibt ja andere Sachen, weiß ich nicht, was mit dem Kohl, mit dem Kurkuma oder im Ingwer oder so. Da verbindet man das eher. Und ich war selber erstaunt bei den Recherchen, wie viele Hausmittel es gab mit Zitrone. Also die wirklich tradiert sind, weil es eben diese äußerliche und innerliche Wirkung wieder hat. Ja, ich war so erstaunt zu lesen, dass Sie aufgelistet haben, die Zitrone hilft bei Gelenkschmerzen, sie hilft bei Hornhaut, sie hilft sogar bei Besenreisern. Wie das denn? Ja, die Besenreiser, das sind ja praktisch oberflächliche Gefäßerweiterungen. Das kann man sich vorstellen, dass das dich dann zusammenzieht. Bei Gelenkschmerzen würde ich jetzt sagen, ja, kann man als Kompresse machen. Wirkt wahrscheinlich eher durch die Durchblutungsförderung, wäre jetzt nicht mein Favorit. Wenn Sie jetzt sagen würden, ich habe Gelenkschmerzen, dann würde ich sagen, holen Sie sich mal getrockneten Ingwer zum Beispiel oder nehmen Sie Kurkuma. Da weiß man, dass sie stärker sind, aber die Zitrone kann auch ein bisschen. Und nochmal, um bei den Gelenkschmerzen dann zu bleiben, was macht man dann mit getrocknetem Ingwer und Kurkuma? Das wissen ja die wenigsten, dass man Ingwer getrocknet kaufen kann. Deswegen finde ich es so interessant, das würde man zum Beispiel mit warmen Öl oder warmem Wasser vermischen und dann auf eine Auflage tun und dann auf das Gelenk, wenn gerade Wärme angebracht ist. Das ist insbesondere bei den chronischen Gelenkerkrankungen, die einfach diese Abnutzung haben. Arthrose. Und genau, Arthrose und die manchmal auch, wenn man das merkt, diese Morgensteifigkeit oder sowas, das ist auch ganz toll. Da kann man sehr schöne warme Auflagen auf die Hände machen. Und der Ingwer gibt es das auch. Also Ingwer gibt es als Pulver und dann Kurkuma ist ja sowieso, wird ja sowieso auch in der Küche viel gepulvert, funktioniert auch sehr gut, schmerzlindernd, entzündungshemmend. Immer in dieser Kompresse auflegen. Und es geht eigentlich relativ schnell, dass man was merkt. Franziska Rubin ist zu Gast in SWRNs Leute und Sie haben Tipps, wie sich das Immunsystem stärken lässt. Und das ist Ihnen im Rahmen mit Covid-19 ein ganz besonderes Anliegen. Warum? Naja, ich denke mir, wir wissen ja alle nicht, ob wir erkranken werden. Und viele Menschen haben Angst und das ist schon mal ein wahnsinnig Stressor für das Immunsystem. Wir wissen, also mit Cortisol hoch ist eigentlich die Produktion unserer ganzen Abwehrzellen gebremst. Das ist das Stresshormon. Das erste Problem, ja, genau. Dann braucht das Immunsystem ungefähr fünf Stunden richtig guten Schlaf, um sich zu erholen. Viele Leute schlafen nicht mehr gut, die machen sich auch wirklich Sorgen. Und da sind wir wieder beim Thema Ängste, Unruhe. Man müsste dem eigentlich entgegenwirken. Und das andere ist natürlich die Bewegung. Gott sei Dank haben wir jetzt wieder die Sonne, das heißt die Vitamin-D-Spiegel gehen wieder hoch. Wir wissen aber auch zum Beispiel durch Bewegung, dass sich dann einfach Killerzellen vermehren im Körper. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir bewusst jetzt vieles richtig machen. Unter anderem mit dem Thema Ernährung, was wir gerade besprochen haben. Eben vieles Frisches zu kochen und sich da Gutes zu tun. Ja, wenn wir uns mal drauf konzentrieren, dieses richtig machen. Es sind ja auch Menschen mit einem guten, intakten Immunsystem betroffen. Was ist also das Rezept Nummer eins? Da kommt das Thema Virenlast wahrscheinlich ins... Es ist ja nicht so, dass wir im Augenblick alles wissen. Es ist ja viele Rätselei und das macht die Leute ja auch so fertig, dass man irgendwie... Aber das ist Wissenschaft. Man lernt ein bisschen was und da muss man sich teilweise widersprechen. Und dann lernt man wieder dazu und daraus Strategien zu entwickeln, ist nicht ganz einfach. Ein langsames Vortasten. Genau, das ist einfach so. Wo kommen wir her? Rezept Nummer eins. Also wenn Sie sagen, ja Immunsystem stärken oder etwas grundsätzlich dafür tun. Also gesunde Ernährung. Aber wo setzt man an, wenn Sie sagen, es gibt vielleicht wie eben die Zitrone als wahres Multitalent. Gibt es etwas, wo Sie sagen, ja fürs Immunsystem empfehle ich das? Also das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist Ernährung. Da muss man auch einfach mal sagen, zum Beispiel Vitamin C. Wenn man das hochdosiert nimmt, dann gehört das in die Hand eines behandelnden Arztes. Also auch als Infusion, da liest man ja im Augenblick immer wieder drüber. Da gibt es auch ein paar Studien, die das vielleicht stützen könnten. Aber das macht man ja nicht alleine. So, was man alleine machen kann, ist gescheit zu essen und gesund zu essen. Und damit gebe ich meinem Immunsystem erstmal alle Bausteine, um sich aufzubauen. Da sind wir aber gar nicht im medikamentösen Bereich. Das andere sind Hausmittel. Und auch Hausmittel wirken zum einen in der akuten Situation. Das heißt, wenn ich zum Beispiel betroffen bin. Ich kann aber auch sagen, für mich gehört zu Hausmitteln auch, wie verhalte ich mich grundsätzlich. Und zum Beispiel setze ich meinen Körper Wasserreizen aus, dass er ein bisschen fitter wird. Sie sind ein großer Fan vom Kneipen. Ja, ich finde das toll. Ich war ja auch mal Kneipp-Preisträgerin. Denn der hat ja wirklich, der Professor Kneipp, der Pfarrer Kneipp, Blödsinn. Pfarrer Kneipp hat ja auch wirklich seine eigene Tuberkulose mit den kalten Bädern in der Donau geheilt. Und daraus ein ganzes Programm entwickelt. Und wir wissen, und das ist mittlerweile in diesen kleinen Studien, die auch universitär gemacht wurden, dass zum Beispiel ein Wechselschenkelguss, also einfach kalt abduschen nach dem Duschen, dass das unser Immunsystem so pimpt, so steigert, dass wir nur noch halb so häufig eine Infektionskrankheit bekommen wie eine Erkältung. Dr. Franziska Rubin bei uns in SW1 Leute. Sie haben über Heilen mit Lebensmitteln geschrieben. Und jetzt werden besonders in den sozialen Netzwerken angebliche Wundermittel gegen Corona angepriesen. Knoblauch ist darunter, Vitamin C und sogenanntes Silberwasser. Vielleicht können Sie darüber mal aufklären. Was sagen Sie als Ärztin dazu? Ich würde sagen, Vitamin C haben wir ja gut besprochen. Ich weiß, dass eine Frage reinkam mit der Hitzezerstörung. Das ist immer wichtig. Also Vitamin C nur in Sachen, die so Trinktemperatur sind, damit es nicht kaputt geht. Das Gleiche gilt für den Honig. Genau, das war die Frage, ob man heißes Wasser tatsächlich auf die Zitrone gießen darf. Ja, natürlich nicht. Außer man macht eine Anwendung, da kommen wir gleich zum Thema Knoblauch. Es gibt einen ganz tollen Knoblauch-Zitronensud. Der ist aber primär für die Gefäße gedacht. Das ist so ein Gefäßputzer. Da nimmt man Bio-Zitronen, macht die komplett mit der Schale in den Mixer und mit ganz viel Knoblauch dazu. Ich glaube zwei Knollen komplett. Und dann kann man das über 30 Tage als Kur trinken zum Beispiel. Da ist es traditionell in der Anwendung für die Gefäße. Ich finde, Covid-19 ist ja kein Vampir. Deswegen ist mir jetzt nicht so klar, warum der Knoblauch da jetzt so helfen soll. Und wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es ja vermutlich noch gar nicht darüber. Man weiß, dass der Knoblauch, genauso wie alle Zwiebelgewächse, weiß man zumindest, dass er sehr stark desinfizierend ist. Und der unterscheidet auch nicht zwischen Virus, Bakterium oder Pilz. Deswegen ist der Ansatz schon richtig und ist auch ein sinnvolles Lebensmittel. Aber ich würde mich jetzt darauf nicht verlassen wollen. Und das Silberwasser, das ist auch in Australien recht populär gewesen. Man muss wissen, dass Silber desinfizierend wirkt an sich. Deswegen ist es auch in ganz hochtechnisierte Pflaster eingebaut. Macht aber meines Erachtens oder auch wissenschaftlich gesehen in der äußerlichen Anwendung mehr Sinn. Kein Silberwasser trinken. Das macht die Haut grau. Und wenn man sich das in die Nase tropft, dann macht es die Nase grau. Und das bleibt teilweise auch so. Wie entsteht denn überhaupt so eine Empfehlung? Haben Sie da etwas rauskriegen können? Können Sie sagen, es war in Australien populär? Sie haben vier Jahre in Australien gelebt? Ja, es ist ja schon so. Viele Hausmittel sind lange tradiert. Wir wissen zum Beispiel von Hildegard von Bingen, von ihren Aufzeichnungen, dass 80 Prozent ungefähr sind super, aber 20 Prozent sind auch einfach falsch, weil man es noch nicht wusste. Und deshalb finde ich es ja so toll, dass heutzutage viele Universitätskliniken auch so kleine Versorgungsstudien nennen, die sich dann. Das heißt, man hat dann 20 Patienten, 200 Patienten, vielleicht auch mal 2000 und macht dann, guckt dann, funktioniert das jetzt wirklich besser oder nicht. Da gewinnt man sinnvolle Hinweise. Und dann gibt es natürlich auch viele Forschung zu den Wirkstoffen, die da drin sind. Und dann weiß man plötzlich, aha, das funktioniert oder es ist sogar giftig. Das Besondere ist immer, bei ganzen Pflanzen, die wirken oft als Pflanze besser als als Einzelteilen, aber sind so schwer zu untersuchen. So funktioniert unsere Denke nicht und unsere Studien. Und was ist dann der Ansatz? Wie geht man dann dabei vor? Bei so Pflanzen, es gibt halt diese Veranwendungsstudien hauptsächlich, dass man dann sagt, okay, man nimmt jetzt eine Creme, da ist nichts drin und man nimmt eine Creme, da ist Anika drin. Und dann guckt man, wird das Gelenk besser oder gehen die Schmerzen weg oder nicht. Das gibt es ja schon, das machen ja auch viele Unistudien. Und das finde ich auch spannend, weil dann merkt man plötzlich, aha, funktioniert oder nicht. Ansonsten, der Mensch ist immer geneigt zu sagen, Mensch, Silber ist was ganz Tolles, was ganz Feines, vielleicht was Edles. Jetzt nehme ich das mal innerlich, aber es ist eben auch gefährlich. Und das Gleiche gilt auch für die Chlorbleiche, wo ja die Überbieder auftaucht. Das ist gefährlich. Es gibt Verätzungen von insbesondere Speiseröhren, auch gerade bei Kindern. Finger weg. Es gibt ein Gewürz, dem wird nachgesagt, es sei das gesündeste der Welt, Kurkuma. Was macht Kurkuma aus? Ich glaube, dass ihm das nachgesagt wird, hängt damit zusammen, dass insbesondere in Indien tausende von Studien zu Kurkuma gemacht wurden. Das heißt, wir werden da praktisch überhäuft mit Informationen. Und Kurkuma, die besonderen Stärken von Kurkuma ist sicherlich die Entzündungshemmung und die Schmerzlinderung. Und man sagt so, man soll so ein, zwei bis maximal drei Teelöffel am Tag essen. Da sind wir dann bei vier Gramm. Alles andere ist dann nämlich auch manchmal nicht für den Magen verträglich. Wonach schmeckt Kurkuma? Ich finde, dass es gar nicht so doll schmeckt. Das war auch überraschend. Also es hat relativ wenig Eigengeschmack und macht die Finger extrem gelb. Deswegen muss ich sagen, Vorsicht mit der frischen Knolle. Also das ist echt eine Sauerei. Da kann man wirklich Sachen gelb machen, die man nie wieder weiß. Es wird ja eigentlich auch beim Curry dazu genutzt, das Currygelb zu färben, oder? Ja, aber es ist auch ein Bestandteil eben der Gesundheitslehre. Also es geht schon auch um die Wirkung bei denen. Und insbesondere mit Pfeffer und Wärme und Fett kombiniert wirkt es besonders gut. Wie verwenden Sie Kurkuma? Kurkuma habe ich in Australien kennengelernt auf Latte. Also die trinken ihren Kaffee-Latte, indem sie einen dicken Esslöffel Kurkuma-Pulver, aber nicht pur, sondern gemischt mit Zimt. Ein bisschen Muskat ist da drin, ein bisschen Ingwer. Dann wird es ganz interessant vom Geschmack. Man kann es auch sehr gut als Tee zu sich nehmen oder eben immer ins Essen tun. Dadurch, dass es keinen starken Eingeschmack hat, kann man es eigentlich gerade mit Gemüse oder Fleisch sehr gut mitkochen. Aber ist es dann vielleicht sogar auch ein Mythos, weil Sie gerade sagen, es gibt so viele Studien und deshalb gilt es als gesündestes Gewürz der Welt. Vielleicht gibt es ja noch ein anderes, was womöglich viel gesünder ist. Genau, und das ist Wissenschaft. Wir werden da dranbleiben und werden wahrscheinlich noch viel erfahren. Ich finde es ganz interessant, weil es insbesondere für Leute mit chronischen Entzündungen eine Möglichkeit ist, den täglichen Speiseplan zu erweitern. Und dann spürt man ja auch, ob es einem gut geht. Also zum Beispiel auch Rheumatika wäre eine klassische Gruppe, die durch jeden Tag Kurkuma viel bewirken könnten. Da muss ich aber tatsächlich auch diese vier Gramm zu mir nehmen, was man ja einfach mit einem Kaffeelatte nicht schafft. Das ist die Höchstdosis. Also naja, da kommt drauf an. Wir reden ja von ein bis zwei Teelöffel. Ich würde sagen mal zwei Teelöffel ist gut. Drei Teelöffel ist das Maximum. Das muss man aber nicht machen. Und danach wird es einfach, es gibt auch Studien, es gibt es ja auch als Medikament, als Kapsel. Die sind dann bei acht, aber das verträgt nicht jeder vom Magen. Und haben Sie Kurkuma für sich entdeckt, dass Sie sagen, ja, das habe ich jetzt, weil es so angeblich so gesund ist, habe ich das in meinen täglichen Bedarf mit eingebaut? Genau. Und ich tue mich schwer damit zu kochen, außer ich koche für mich asiatisch. Für die Kinder finde ich es schwierig. Und deswegen habe ich dann zum Beispiel einen Kurkuma-Shot. Dann nehme ich dann morgens einfach ein bisschen entweder Milch oder eben Saft, gemischt mit Ingwer, mit Zitrone und dann so praktisch als kurzen. Und dann habe ich meinen Kurkuma für den Tag abgehakt. Das mischen Sie sich selbst? Genau. Das gibt es ja auch vielfach zu kaufen im Supermarkt. Empfehlen Sie das auch? Ja. Muss man halt gucken, was drin ist. Okay. Gibt es noch irgendein anderes Gewürz, wo Sie sagen, das lässt sich mit Kurkuma in irgendeiner Form vergleichen? Oder ist das einfach so exemplarisch? Naja, also ich finde, dass der Ingwer kommt schon in vielen dran. Man kann ja auch, wir hatten es ja gerade auch äußerlich. Also Kurkuma kann man ja äußerlich sehr gut anwenden, genauso kann man das beim Ingwer. Und diese Entzündungshemmung, ja, also im Augenblick ist es der Hype, aber viele andere Pflanzen können das auch. Wir wissen das ja von den vielen Lebensmitteln, wenn man die isst, dass man da so verschiedene Bausteine, die dann in der Gesamtheit eine ähnliche Wirkung machen. Sie haben sich auf die Suche nach der Medizin der Ureinwohner Australiens gemacht. Ihr Mann ist Australier und Sie haben vier Jahre dort verbracht, sind dann im vergangenen Jahr zurückgekommen. Was haben Sie sich von den Heilkünsten der Ureinwohner bis heute bewahrt? Also ich glaube, ich bin schon als ein ruhiger, gelassener Mensch zurückgekommen, der auch mehr Verbindung zur Natur hat. Und die Aborigines, die haben in mir bewirkt, dass ich gemerkt habe, wie entfremdet wir von vielen Dingen sind. Und wie anders das wahrscheinlich auch bei uns mal war und bei denen noch ist, so sie denn abgelegen leben können. Was ja vielfach der Fall ist und einfach mal so bei den Aborigines vorbeischauen und zu sagen, ach weist mich mal ein in eurer Heilkunst, so einfach wird das nicht sein, oder? Das war auch toll, da war ich auch sehr dankbar, dass ich für diese Hefte Australiens Heilgeheimnisse die Chance bekommen habe, zu denen zu fliegen. Also ins Inland, also nach Ice Rock und dann hoch Kerns, also Richtung Regenwald. Und habe da einige Kontakte bekommen, bin auch so bei Führungen mitgegangen durch den Urwald, um Kräuter zu entdecken. Oder war mal in einem Krankenhaus, was extra für Ureinwohner eingerichtet wurde und auch mit deren Medizin heilt. Konnte da also einiges verstehen und das war irgendwie wahnsinnig faszinierend, weil es so schwierig war, auch ranzukommen. Im Nachhinein ist mir natürlich auch klar, warum. Da sind auch viele Brücken abgebrannt und abgefackelt worden zwischen Australien und ihrer Urbevölkerung. Aber es war faszinierend zu erleben, wie anders das ist. Die sind ja wirklich unsere älteste Bevölkerung auf dieser Erde, 40.000, 50.000 Jahre. Ganz eng verbunden mit der Natur. Sie haben da ganz abgefahrene Sachen erfahren, zum Beispiel etwas über grüne Ameisen. Was war das? Wenn man durch den Urwald geht, dann verletzt man sich ständig. Das ist wirklich interessant. Da hängen an Lianen rum, die haben irgendwelche Haken oder Messer dran und da heile durchzukommen ist schon mal echt schwierig. Und die haben unglaublich viele Medikamente aus dem Urwald dann gewonnen, entweder um Wunden wieder zu verkleben oder wie bei den Ameisen zum Beispiel, die zu reinigen. Das heißt, die brauchen Säure, um diese Keime da rauszukriegen. Und dann, was so lustig, diese grünen Ameisen sind ja super fies, wenn die einen beißen. Das tut richtig weh und das juckt auch. Großwahrscheinlich. Die sind riesig, genau. Und dann sagt der Nini, das wäre kein Problem. Man müsste die bloß beim Po packen und den Kopf abdrehen und dann da drauf. Ich habe nur gedacht, okay, alles klar. Also da merkt man dann, wie weit entwickelt wir mit unserer europäischen Heilkunde sind. Aber die kennen da gar nichts. Total interessant. Aber was haben Sie dann gemacht konkret mit dieser Ameise? Nein, ich habe die nicht genommen. Also ich weiß ja, dass die mich stechen. Ich würde das ja gar nicht packen. Aber er macht das. Er greift da rein, nimmt die dann ganz gezielt an dem dicken Po und dreht den dann den Kopf ab und dann tut er die auf die Wunde. Okay. Und dann hilft es auch tatsächlich. Was haben Sie noch erfahren, wo Sie sagen, die grüne Ameise haben wir jetzt eher selten zur Verfügung, aber wo Sie sagen, ja das ist etwas, das kann man tatsächlich auch bei uns aus der Natur anwenden. Also was man bei uns auch sehr gut bekommt, sind zum Beispiel die Buschblüten. Das sind Blütenessenzen, die sind von Pflanzen gewonnen. Klingt so wie Bachblüten. Genau. Das ist auch ganz ähnlich und ist da natürlich von Pflanzen, die so sehr unter sehr kargen Bedingungen wachsen, soll extra potent sein. Kann man ausprobieren. Ich denke, das ist sehr ähnlich den Bachblüten. Und dann gibt es natürlich Sachen wie Manuka-Honig, der aus der Region kommt, wo man auch, die man vielfältig anwenden kann, der auch hier immer weiter anerkannt ist zur Bereinigung von chronischen Wunden. Und die benutzen sehr viel Papaya zum Beispiel, die Ureinwohner. Wofür? Ja, die benutzen das als Antikrebsmittel auch. Ich würde mal vorschlagen, ist es was ganz Tolles als Magen-Darm-Beruhigendes. Dann das Teebaumöl ist ja deren Antiseptikum gegen alles quasi. Das kann man hier auch sehr gut bekommen und einsetzen. Und ja, es gibt verschiedene Pflanzen, es gibt verschiedene Anwendungen. Und ich fand faszinierend den Blick auf die Seele. Die sagen, die Seele erkrankt zuerst und dann erkrankt der Körper. Und deshalb wird ein Nankari, ein Heiler, auch immer die Seele behandeln und nicht den Körper. Aber wenn es sich um hartnäckige Erkrankungen erhält. Vorher gibt es die Kräuterfrau, die tatsächlich kleine Anwendungen macht mit verschiedenen Sachen. Ein ganz anderes Verständnis von Medizin, von Körper und Geist. Ja, wir haben das ja teilweise auch, aber natürlich nicht so extrem. Und da gibt es dann auch so spooky Geschichten, dass die nachts losgehen und die sammeln die kranken Seelen von den Patienten von den Bäumen ein und bringen die zu denen nach Hause. Und das ist einfach faszinierend, wenn man das dann mal so hört, das funktioniert für die. Und dann, ich glaube, wir unterschätzen auch oft, welche Energie und welche Kräfte in uns lauern. Ja, welche Selbstheilungskräfte da auch sind. Hat aber sicherlich auch damit da zu tun, dass man daran glauben muss dann. Naja, aber wir bestehen ja nicht nur aus Körper. Wir bestehen ja nun mal aus Seele und Kopf. Und wir wissen ja, dass viele Gedanken und Gefühle da auch davon abhängen, wie wir Dinge bewerten. So viele Fragen der SW1-Hörerinnen und Hörer erreichen uns. Frau Franziska Rubin ist zu Gast in SW1-Leute. Und Sie können vielleicht was sagen zu Lavendel und Lavendin. Elke aus Echterdingen fragt, nämlich im Zusammenhang mit ätherischem Öl. Wie hilfreich ist das? Also es ist ja so, dass die Heilsubstanzen dieser Kräuter, die kann man sehr gut festhalten, indem man ein Öl, das kann man auch selber machen. Oder eben ein gutes, hochkonzentriertes Öl zu kaufen. Und Lavendel ist deshalb so interessant, weil es so beruhigend wirkt. Damit ist es auch schlafinduzierend. Man kann besser schlafen, man kann es aufs Kopfkissen traufen. Es hat aber insgesamt auch eine entspannende Wirkung auf unser Nervensystem. Und es wirkt zum Beispiel aber auch bei Muskelverspannungen. Manchmal, wenn man Packungen macht in Kombination mit Rosmarin. Es gibt viele, viele Anwendungen. Lavendel ist ganz toll, ganz tolle Pflanze. Schlafstörungen haben ja sehr viele. Vielleicht ist das schon ein Tipp für Herrn Müller aus Egnach in der Schweiz. Der möchte nämlich einen Rat für seine Frau, die bei Wechseljahrenbeschwerden nämlich gerade auf der Suche ist und schon vieles probiert hat, aber noch nicht richtig was gefunden hat. Da kann ich gut mitreden bei Wechseljahren. Man sagt ja so grundsätzlich, ein Drittel hat schwere Beschwerden, ein Drittel leichte und ein Drittel gar keine. Deswegen, manche können mitreden, andere nicht. Es gibt tolle Pflanzen, insbesondere Traubensilberkerze oder den sibirischen Rhabarber. Das ist was, was man immer so einnehmen kann. Wie nimmt man das ein? Als Kapsel, das holt man sich so Pflanzenextrakte. Und wenn man nicht schlafen kann, dann würde ich in die Schatzkiste all der Dinge greifen für Einschlafhilfen aus der Naturheilkunde. Also zum Beispiel in den besten Hausmitteln, das Buch gibt es ja jetzt noch nicht, aber dann ab 29. Mai gibt es ganz viele Tipps wieder. Von der kalten Salzsocke bis zum Tee, Rituale ändern, Verhalten ändern. Also die Schlaftablette muss es nicht sein. Elke aus Plochingen hat eine Nachfrage zu Kurkuma, nimmt sie schon sehr erfolgreich, aber über eine Dauereinnahme ist sie besorgt, weil es auch gleichzeitig blutverdünnend wirkt. Was Sie zu deren Nebenwirkungen sagen. Das ist ja eigentlich eine tolle Geschichte. Viele ältere Menschen bekommen ja dieses ASS 100 verschrieben, um das Blut leicht zu verdünnen. Man kann das ähnliche mit Kurkuma erreichen. Dadurch verklumpt es dann nicht so schnell im Herzen oder im Hirn. Und man muss das bloß im Auge behalten, wenn man blutverdünnende Medikamente nimmt, damit es sich nicht aufaddiert. Und im Auge behalten heißt, man muss es kontrollieren lassen vom Arzt? Genau, richtig. Ich fände es sowieso toll, wenn man mit dem Arzt das besprechen könnte. Bei manchen Ärzten geht das ganz super. Und dass man einfach sagt, okay, ich halte da mal ein Auge drauf. So haben viele Heilpflanzen, wenn man sie dauerhaft einnimmt, dann bestimmte Themen, die man da... Aber es steht immer drin im Buch auch der Warnhinweis, worauf man achten muss. Peter aus Eberbach möchte wissen, ob Sie Mittelchen gegenüber erhöhte Werte von schlechtem Cholesterin und Harnsäure empfehlen können. Zwei verschiedene Dinge. Schlechtes Cholesterin ist ganz interessant, viel durch Ernährung zu beeinflussen. Hafertage würde ich mal empfehlen oder Kartoffeltage. Aber auch vieles, was wir heute besprochen haben, nämlich schon Ingwer und Kurkuma oder Knoblauch wirken cholesterinsenkend. Und bei der Harnsäure? Ja, die Harnsäure, da sind wir beim Thema Gicht. Da gibt es sehr viele gute Sachen, wie zum Beispiel kalte Kartoffelauflagen oder auch der Kohlwickel in der Akutsituation, dass man die Schmerzen runterbekommt. Ansonsten ist es etwas, was man primär eben auch durch die Ernährung steuern muss. Also wenig Fleisch, wenig Alkohol und all solche Dinge. Und übrigens interessant finde ich da, dass die Veganer manchmal Gicht bekommen. Und das möchte man ja gar nicht denken. Wie kommt das? Aber es liegt an dem Soja. Soja ist sehr purinhaltig. Das ist nur so ein kleiner Tipp, wenn man sich da wundert. Weil die hemmen ja gar nicht drauf, dass sie eine typische Fleischessererkrankung bekommen. Franziska Rubin ist zu Gast in S1 Leute. In der Recherche bin ich darauf gestoßen, dass Sie durch die Show Herzblatt entdeckt wurden. Wollten Sie sich damals tatsächlich verkuppeln lassen? Nee, ich wollte einfach mal sehen, wie das ist im Fernsehen mitzumachen. Und dass das dann so einen durchschlagenden Erfolg hat. Es hatte so sein sollen offensichtlich, ja. Wie lief das dann? Sie waren Kandidatin in dieser Sendung. Wie ging das weiter für Sie? Ja, ich war eine von den dreien, wurde ausgewählt. Also in die nächste Sendung nochmal eingeladen. Und da war es damals so, dass da ja die ganze Jugend von Deutschland durchgelaufen ist. Und die haben eine gesucht, die ein Flirtformat moderieren kann für RTL 2. Und dann haben die mich auf die Straße gestellt und mich vorher geschminkt. Da habe ich gesagt, warum schminkt der mich? Sehe ich so blöd aus? Und dann ging es los. Und ich habe schon immer irgendwie so einen ganz guten Humor gehabt. Und hat mich da auch nicht viel, hat mich nicht so sehr beeindruckt vor der Kamera zu sein. Und ja, und dann haben die gesagt, ja, das ist ihre erste Sendung oder deine erste Sendung. Und von da aus ging es immer weiter. Ich war ja eigentlich 25 Jahre ununterbrochen im Fernsehen unterwegs. Ja, allein die Gesundheitssendung haben Sie 17 Jahre lang moderiert. 17,5 Jahre, wow, hey. Ja. Vermissen Sie das jetzt gerade aktuell? Nö, ist okay. So wie es jetzt ist, ist gut. Und ich schreibe und schreibe und schreibe. Ich habe immer neue Buchideen. Das ist auch irgendwie schön. Aber ich würde sehr gerne wieder ein eigenes Format machen. Also weil ich auch denke, dass dieser Gedanke Naturheilkunde ist, was in unsere Medizin integriert gehört. Hausmittel, das irgendwie was, das hat so viel Brisanz. Ich glaube auch durch diese ganze Erkrankungswelle jetzt merken wir, wie wichtig unser Immunsystem ist, dass wir uns selber heilen können. Also ich finde, da ist ganz viel Power drin, ganz viel Energie. Und ich hätte wahnsinnig gerne eine Sendung wieder, die das mal zeigen würde, was man alles machen kann naturheilkundlich. Vielleicht haben die Fernsehmacher das an dieser Stelle jetzt gerade auch gehört. Sie sind in Hannover geboren und haben dann in Köln studiert. Haben Sie sich auch so eine rheinische Fröhlichkeit vielleicht auch bewahrt dort? Ich fand das super, ja. Ich fand Hannover ist sehr Understatement. Und die Kölner, die sind einfach, die sagen was zu denken. Und dann spricht auch immer einer mit einem. Man kann in der Straßenbahn was sagen und dann kriegt man sofort, ja, richtig Mädchen hast du richtig und so. Super. Also das hat schon, mir hat das sehr gut gefallen, ja. Hat Ihnen das auch geholfen in Australien? Die Australier sollen ja auch sehr offen sein. Die Australier sind offen, die sind aber britisch geprägt. Das heißt, sie sind sehr freundlich. Sie sagen, es gibt einen guten Spruch und der heißt, die sind zu, die sind zu, na jetzt kriege ich es nicht zusammen. Die sind. Zu Fremden wahrscheinlich. Sehr freundlich, aber nicht ehrlich. Währenddessen wir sind zu ehrlich, um freundlich zu sein, um höflich zu sein. Die sagen nicht, was sie denken, wenn es einen kränken könnte. Das heißt, der Kontakt ist erstmal sehr, sehr offenherzig. Es fehlt dann oft mal, man weiß manchmal nicht so richtig, woran man ist. Und sie sind nach vier Jahren dann zurückgekehrt im vergangenen Jahr. Was war der ausschlaggebende Grund, zurückzugehen? Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich dort nicht zu Hause werde. Also ich habe immer gedacht, das kommt noch. Wir haben ja auch richtig Gas gegeben. Wir haben uns dann ein Haus gekauft und Pferde angeschafft und Hühner und so. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, das Gefühl ändert sich nicht, dass ich da nicht hingehöre. Und auch meine Aufgabe, das, was mich antreibt, zu sagen, Naturheilkunde und anders heilen und so. Das ist einfach das, was hier natürlich besser stattfinden kann. Da sind wir auch weiter als die Australier. Tatsächlich, das würde man gar nicht denken, oder? Die haben den Kontakt zu ihrer Obervölkerung weitestgehend verloren eigentlich. Und damit auch zu den Hausmitteln aus ihrem Lande. Und sie sind auch nicht so sehr offen.